In dem Axion Digitale Empfänger findest du in den Netzwerkeinstellungen eine Übersicht über die vom Gerät verwendeten Netzwerkadressen. Du siehst, dass das Gerät für Shure Control und Dante Audio verschiedene Netzwerkadressen verwendet. Im Switched-Modus sind Dante Audio und die Shure Steuerung zwar in einem Netzwerk, aber unter verschiedenen IP-Adressen zu erreichen. Unter Setup kannst du für dein Projekt individuell die Netzwerkadressen sowohl für die Shure Control als auch für Dante Audio ändern. Die Switch-Configuration lässt du unverändert auf Switched. Im nächsten Fenster kannst du mit einem Klick auf das Rad den Mode anwählen und ändern. Mit einem weiteren Klick auf das Rad bestätigen. Im Automatic-Mode sucht das Gerät zunächst einen DRCP-Server. Ist keiner zu finden, vergibt das Gerät sich selber automatisch über Zero-Config, Link-Local, eine IP-Adresse, um mit den anderen Geräten zu kommunizieren. Wählst du den Modus auf Manuell, kannst du hier mit Klicken und Drehen des Kontrollrades deine individuelle Einstellung vornehmen. Ist hier alles eingegeben, kannst du im nächsten Fenster genau wie zuvor die IP-Einstellungen für Dante Audio vornehmen. Die automatische Zuweisung der Adresse bei Dante Audio läuft hier aber nicht über Link-Local, sondern über Bonjour, eine andere Art von Zero-Config. Mehr zu Link-Local, Zero-Config und Bonjour findest du in der Infobox. Grundsätzlich macht es meiner Ansicht nach in den wenigsten Anwendungen außerhalb von Festinstallationen Sinn, die IP-Adresse-Vergabe von Dante Audio manuell zu gestalten. In den Axient-Empfängern ist es zwar sehr einfach, die Adresse zu ändern, nur leider trifft genau das nicht auf andere Geräte mit Dante zu, in denen es komplizitere Schritte braucht, um Dante Audio IP-Adressen einzustellen. Deshalb hier vorsichtig sein. Wenn man sich nicht sicher ist, bei Dante Audio die Einstellungen auf Automatisch lassen. Mit Enter kannst du alle Einstellungen bestätigen. Je nach Konfiguration startet das Gerät mit den getätigten Änderungen neu.